Hallöchen Youtube, da wären wir wieder und starten auch gleich weiter hier GeistFox hat uns... HerzenFox Guck mal, man sieht mich jetzt... Du stehst einfach drungen, hab mal hier aufs Boot geguckt Du sitzt da bitte auf mit ner Hose Ich hab jetzt ein bisschen heller gemacht, erzählt er mich auch besser Wir wollen das auch gleich weiter starten, weil er hat den Disconnect gehabt als wir die Aufnahme beendet haben Glücklicherweise und er war natürlich der Meinung, ihn das erste Vieh zu töten So War schon mal praktisch, ne? Ja, noch ein Wo gehst du mehr vor, ne? Also ich bleib mal hier und wo gehst du mal, ne? Also kennst du dich wieder So So hier, Pussis, kommt her hier Noch so viel Ja, kommt her, los Fresse, mich einfach zur Lache doch Hallo? Ja Ich fresse Ha! Sieg Von ganzen Linien Ja, guck mal Ha! Aber nicht über den, nicht über den! Ha! 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 Wir waren da irgendwie mal mit, wir waren jetzt auch vorbei Äh, ich werde dich, geh' immer zurück Ich hab' die bessere Lösung ab, oder? Oh, verdammt, ich bin alle Ha! Ha! Alter, wenn der mich jetzt wieder tritt, denk' ich bis zum Guck, du! Bist du tot? Ich bin echt tot! Und was hat mich festgehalten? Und was hat mich festgehalten? Der kommt zu mir, der kommt zu mir! Und ich muss weg hier! Boah, wie weit's doch noch geht, ey, wenn der Blitz kommt Und das Schlimme ist ja, du gehst vor zur Türe und willst rausgehen Der sagt, du musst da nicht hin Ne, ich will aber Ich will aber We don't need to go back, ja Nein, ich komm, der bis zu hierhin, Alter Alter, komm wieder, komm wieder, komm wieder! Ja, warte Und ich Ich will doch nicht sterben, ich bin so jung dazu Aber er kommt auch nicht weiter wie bis zur Brücke, oder? Ne, kommt er nicht Er bleibt an der Brücke stehen Das ist natürlich interessant zu Äh, okay, er Vielleicht bewegt er sich doch noch ein bisschen Jetzt komm ich mit einem Schlagstock und brich in die Knie Boah, da kriegst du ja schon eine Gewinn und bist fast hopst, ey Nicht sterben, ey, bloß nicht sterben, du hast noch 14 Leben Ja, ich weiß, ich pull mir erst mal eine Tablette hier rein, so eine Pfeife, du weißt schon Da liegt Munition, da liegt Munition Ich will wieder zurück Oh, wo? Hallo, ich will wieder zurück Was? Äh, press Space to respawn, ich kann nicht zurückspawren Warum? Alter, mach die Mist, vorungefährlichst wieder, ich will nicht alleine sterben Wir hatten doch so... Boah, hier schreit's oben, Alter, ich fände auch zurück Oh, press Space to respawn, ich drück Space Ich gehe grad immer durch Okay, ich warte noch Ich warte, und warte Also, an dem komm ich definitiv nicht vorbei, das weiß ich jetzt schon Press Space to respawn to lose Da Ja Äh... Was hast du jetzt gemacht? Gar nix Bist rausgeflogen, ne? Ne, er hat mich grad einfach nur gerelockt Ich bin relocked Okay, das ist rot für dich Rot hab ich schon Aber nämlich die Mumbel mit, das ist gut So, warte kurz, ich muss kurz mein Inventar wieder Nein, nicht equip Auf eins, die auf zwei und die Heilung auf drei Alter Alter, Vater, wir gehen sowas von drauf Dann die Viecher lassen wir in Ruhe, weil das spart uns Munition Ja, dann renn vorbei Geh weg Äh, mein Lichtern machen Du musst rennen und springen dabei Und erwischt er dich nicht Ja Haha Boah Okay, da kommt der Große wieder Hier ist die Schrotzente Lass ihn näher kommen Nicht die alte Nicht die alte So, herrlich Guck mal, schon auf den Schädel Ja Letzter Schuss Alter, Fall doch Um noch viel Bist Reload Bewegt er sich auch noch? Ich hasse ihn grad dafür So Autsch Tot ist er Sehr geil, ich hol da Dann heil dich Ich muss die Spritze setzen Oh, kommt er noch hin Hahahaha Alter Boah, ich war ja verdammter Ernst doch mal Wir rennen jetzt einfach dran vorbei Das schaffen wir nicht Du hast da vorne genau den Knick in dem Holzding Das nächste kommt hier nicht vorbei Ist egal, komm auf drei Eins, zwei, drei Los geht's Ich will hier weg Ich will hier weg Alter Bin ich jetzt tot, oder was ist los? Ich bin tot Ich bin auch tot Der lässt sich aber auch nicht dran vorbei, der Penner Ne, ich will versuchen seitlich über die Brücke zu springen Also über das Ding über so ne Kante zu springen Dass ich an dem vorbei komme, aber ich bin voll hängen geblieben Ja, ich bin auch hängen geblieben Alter ist das ein Noob, ey Okay Bist du bereit? Ah, vergesst du Serum nicht? Vergesst du Serum nicht? Ne, hab ich schon jetzt geholt Rotmuni Einen Serum hab ich schon, der kann mitnehmen Und ich würde sagen, ähm Wir könnten das eigentlich auch ganz fies machen, weißt du das eigentlich? Was denn? Wenn ich sterbe, kann ich reconnecten Du nicht, wenn ich reconnecte, hab ich wieder Mumpeln Das heißt, ich geh vor, mach alles satt und dann gehen wir's mal am Ende dann durch Pff, mach Scheiß drauf, Andi schwinge vorbei Andi schwinge vorbei, okay Andi schwinge vorbei, okay Okay So, hier Boah, Cashman, hier geballert Autsch Geh weg Ich baller Schlag sie im Höchstfall, aber nicht mehr Okay, rennt vor jetzt, so Komm her, du Pussy, komm her, du Pussy Balladier Alter Warum immer ich Warum immer ich Er, er kommt näher, er kommt näher, er kommt näher Ist egal, lass ihn näher kommen Ich muss wieder Mumpeln einsammeln Okay, ähm Das war eine Fehlentscheidung, ähm Die Mumpeln respawnen nicht immer zu schlecht Hast du jetzt keine Mumpeln mehr oder was? Doch, die Pistolenmumpeln hab ich noch Oh, guck mal, jetzt ist voll der Bugfehler, Alter Ja, eigentlich schon Siehst du gerade jetzt? So, der Große ist hops Okay, los, weiter geht's Los, go, 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 go Hä? Ach, jetzt die Mumpeln wieder Ja, ich mach wieder Mumpeln, hallo Warte nicht, ich geh da nicht über die Mumpeln raus, da kommt noch mehr So, an dem bin ich vorbei An demnächst bin ich vorbei, da kommt der Alte wieder Hier liegt ein Magazin Sehr geil Ja, schön Okay, Egon Komm näher, komm näher, komm näher, komm Oh, verdammt, ich muss auch mal nachladen zwischendurch, oder? Oh, verdammt Oh, verdammt Oh, verdammt Oh, verdammt Oh, verdammt Geh weg, ich will nicht sterben, Mama Warte, ey, ich seh die nicht Wir machen hier ne Aktion, ey Fall doch einfach um, ey Oh, ich geh krachen, Alter Komm weiter, komm weiter, komm weiter, komm weiter Oh, verdammt Ui, feio 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 weh, ey Welche Stöhne von dem Ich geb jetzt daran, Alter Oh, sch... Alter, der lockt sich einfach mal aus, einer Penner, ey Hahahaha Ich brauch wohl bis jetzt, ey ich meine 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 tot da liegt noch was es ist mein du sauer wo auch nur ist klar das ist doch in gewissen die doch ich habe gerade einen sniper aufgehoben ich werde ein bisschen dastehen wo du jetzt bist also fünf schüsse mit der pistole und das ding ist tot das ist aus wasser kommt also ein ganzes magazin braucht es okay genau das brauche ich jetzt ich glaube ich kann aber ich habe gerade dieses serum eingesammelt okay besser was dann räume ich den kurz mal oder kommt ein rieser riese kommt da da jetzt stürmt ich danke bleib kurz um leben hey bei endlich bitte bei ich bitte der riese kommt der riese kommt der riese kommt der ist ein lauf 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 macht die forest dump und lauf versuch zurück zu kommen ja du bist doch witzig der riese hinter mir ist okay der lässt aber auch nicht locker er geht dazu dir gott sei dank ja ist klar verstehe das problem wenn ihr kann reload die sind weg ein penner ey i'm done hei die fiecher mit wie ich hauen schütze aaaaaaah da kommt er ja schon der zombie Hey, Großer, was geht? Alles Borussia in Kambodscha? Oh, in Kenia werden sie in Venia. Wechselschlumpf. Kommst du jetzt wieder zu uns? Zu mir? Zu uns. Ja, ich komm gleich hintergelaufen. Meine verdammten Mumpen sind alle Mumpen. Das ist Connected. Das ist Connected. Flöp wieder da. Gute Pich, komm her, du. Struppi. Zeig dir mit dein Hintern, die Sau. Alter, jetzt. Oh. Boah. Kann der auch mal sterben oder so? Hey, Meister Lampe. Jetzt war er Matsch. Sehr geil. Boah, wie viele Viecher einfach es gibt. Ja, ich sag doch, das ist unnormal. Viehs dir ins Gesicht. Kleiner. Grüße dich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil viele von denen werden sagen, boah, hey, Cheater könnte überhaupt irgendwas. Aber das können wir hier nicht so ausleben, weil es ganz so eine Mulsion ist doch ein bisschen. Wie drückt ich am besten aus? Scheiße. So, und Schiff. So. Ja, hier lag jetzt... Hier lag doch erst mein Scharfschiff in Gewähr. Ja, die Frage ist wo... Ja genau, geh du mal da lang, ich geh hier lang. Genau. Ach, scheiße. Da gibt's auch ein Kartini-Futage, gemischerweise. Da hinten bei dir stand. Bin ich gut. Ja, ich hab die alle... Ich hab die alle schon getötet, Mann. Frisst ein ganzes Magazin an, ist das tot. Naja, ich hatte bloß ne Kugel zu wenig. Verdammte Acht. Ey, wie soll man denn da... Ey, wär ich mal anders lang gelaufen, hätte ich die meisten Viecher... Ja, Alter, das ist doch ein Penner, Alter. Damit ihr das Reconnecten in dem Halse stecken bleibt, ey. Seine, ist das ein fauler Hund, Alter. Wir kämpfen uns hier mit dir. Dann stecke ich ja, dass wir umhälen. Wir müssen... Also wir müssen... Für das, glaub ich, brauchen wir eindeutig mehr Leute. Weil wie mehr Leute wir sind, desto mehr Mumpeln haben wir zu tun. Meinst du, ja. Ich geh davon aus, weil... Ganz ehrlich, zu zweit hier durch mit den Mumpeln... Vom Anfang, das kannst du vergessen. Da musst du den größten Teil... Die kleinen Mobs musst du alle mit dem Schlagstock töten. Und die großen musst du wirklich gezielt mit Headshots und der Schmutzflinte killen. Und das... Oder du schaffst es irgendwie auszuweichen. Bei den großen auszuweichen? Oder du bist ja enthält. Autsch! Alter! Boah! Äh, viel Spaß, wenn du rüberkommst. Ja, ich bin auf der anderen Seite schon. Danke! Alter, die Reconnect mal mitzählen! Boah, liegt da richtig viele Pistolen. Boah! Pistolen ohne Ende. Ich komme! Hier liegt ne... Ne Klock. Äh, Klock? Ne Magnum. Und ne Klock. Find ich gut. Also ich find schon mal gut, du wüsstest, dass man nicht ins Wasser fallen kann. Äh... Kommst du jetzt da? Ich hab mich nämlich ganz nett drauf konzentriert, dass sie nicht ins Wasser fallen kann. Komm mal. Ich versuche, die Finger nicht zu weit zu sein. Wir sind mit der rechts, sind alle tot, oder? Äh... Links lang musst du laufen. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ich könnte mal ein bisschen auch wenig daran... ...Nachobrachtfliege irgendwann. Alter, verdammt. Da ist er, da ist er! Boah! Mach dich gefasst auf Schläge! Alter! Alter, aber vom Feind! Boah! Hab's überlegt! Ey, hier bleibt ein Taurus! Hier! Warte, weiter geht's! Warte, 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 ich muss erst mal hier kriegen, oder? Äh, Platz 1... Ach Gott, ich finde Taurus, das ist ja so ein kindes Spielzeuggerät, eh! Da beschwert er sich auch noch. Ja. Der, der am wenigsten Mumper hat und sich tausendmal... Noch nicht durchgehen, noch nicht durchgehen. Nee, nee. Ich guck doch selber noch. Er ist derjenige... Er ist derjenige, der sich tausendmal reconnectet, weil er keine Mumper mehr hat und regt sich auf wie immer so wie keine Pistole, ey! Bist du bereit? Nee, aber mach mal! Du machst ja eh was du willst! Ey, wie weit... Wie lang das Level ist, verdammte Axt, ey! Aber wirklich, ey! Nicht, dass wir hier map-übergreifend spielen, das war ja übel! Uah! Ach so ein Geier, was schießt du da? Ja, hier! UAH! Digga! Nix! Ach da! Geht's! Schick! Geh mal rechts lang, hoch meiner Mumper! Gut, dass man die Lampen so weit durch den Wald kriegt, das gefällt mir! Mäst du jetzt meine Lampe, oder was? Jaja! Dass man sich gegenseitig mal noch finden kann! Ein Stock, Tyro! Der nächste Zombie, der mir in den Ding kommt, dann ramme ich den Stock in den Hals! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slenderman! Wir sind jetzt hier im dunklen Wald! Wir müssen die Seiten finden! Äh, ich glaub mein dicker Hintern steckt dir die Türe fest! Wir müssen Munition sparen! Geh da weg! Wir haben wohl wegen Mumpeln sparen! Du kannst mich mal kreuzweise aus, Egon! Komm her, du Miststück! Wer ist da schon nichts tot? Ne, egal! Ich kiff gleich hinten, dann steckt dir die Türe fest! Verdammte, Ach! Ich sag doch! Ich sag doch zu dir! War Mumpel und T mee-t 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 mee-t! Ja, du hast doch gerade Hilfe geballert! Yeah, ihr willst... Ich find's toll! Ne, ne! Komm mal dir hinterher! Das macht dir eine Angst alleine! Ne, lauf mal! Ne ist ein Sackgasse! Ich gehstarter, ich habe keine Heilung mehr, verdammte Ach! Jo. Ja, komm mal her! Hier! Ja, wo? Wo denn? Ja! Er stört dann hier so. Ich hab Durchfall. Achso, verständlich. 13 Leben und er hat...Jude93. Perfekt, weiter geht's. Das fühlt sich gut auf, wie ich sagen. Bleiben wir lieber zusammen, das ist für mich ein halbster Gefall. Tschüss! Er schlürt, aber ich seh's nicht! Nö, du wißt was. Du weißt was es ist. D. Kettensägelu. Nö! Da ist er! Er kann's vorgehen, ja? Du bist derjenige, der sich immer hier reconnectet. Okay, bleib mal hier oben am Fen- Der steht da drin in dem Ding. Boah, ich geh Karl mit dem. Alter, ohne Bitte. Herr Bartlett, das ist der arise! Wo bin ich hier? Oh Gott, ich bin hier in den Walsch- Ok, ich bin hier vorne aus. Hier ist der Licht! So. Er ist tot. Jetzt bin ich da reingelaufen, oder? Ne, tot. Komm rein. Kann man nicht... Scheiße! Hopp ich! Na, du bist ein Penner! Ich hatte keine Wuppe mehr, hallo? I have an M16. Ich habe jetzt 6 Waffen im Inventar. Ne, 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 geht das wieder her. Alter, wo ist meine Waffe hin? Meine Waffe wieder! Wo ist denn deine Waffe hin? Was soll ich denn wegschmeißen für eine Waffe? Komm, ich guck drauf. Scheiße! Hast du hier gerade meine Pistole aufgehoben? Ne. So. Durch die Hals. So. Was war das? Was ist das? Das ist... Wir müssen zwei Menschen wieder töten, oder sowas. Keine Ahnung. Oh! Oh! Geh doch weg, ey! Das war Simon! Das war Simon! Lol, das war Simon! Hey, Dreck, du! Komm her! Ich hab mich ja fast totgemacht. Ey, ich leg jetzt übertrieben viel Heilung, alter! Ja. Ja. Ich tue mich hier sowieso rum. Was hab ich denn hier eigentlich geschieht für eine Waffe? Voll. Egal, kommst du? Nee! Warte, 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 warte! Ah, die Pfeile, okay. Warte, warte mal! Warte mal! So. Wer ist wieder voll? Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich weiß was mit dem Wort. Na dann. Aktion Zombie! Äh, was? 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 Kommst du? Nee. Okay. Ja, die Chinesisch? Ich komm nicht mit der Bank. Oh, ein Riese! Ein Riese! Kannst du ihn ja mit Stücken bewerfen? Ich glaub, er mag, geht's mir halt. Scheiße, munten alle. Ich hab keine Muppeln mehr. Boah, wenn's mal so dunkel wird, da seh ich nichts. Versuch ihn mal auf sich auf dir zu halten, bisschen. Ich glaub, es mag nicht jeder mehr, verdammte Arzt. Die Lache ist voll, oder? Voll süß, irgendwie. Oh, ich glaub's um den Baum rum, ist der du? Ich glaub, der mag mich. Jetzt mag er mich. Und sowas ich mal mögen. Boah, ich weiß mal, ich scheiße einfach auf den. Ich lauf jetzt weiter. Okay, ich mach mit. Oh, jetzt bin ich mal voll im Tritt, alter. Nee, ist klar. Ich häng hier gerade um ihn fest. Oh, da ist noch einer. Na ganz toll, du wolltest den auslassen. Ja, nee, ist klar. Oh, fuck. Wir müssen irgendwo versuchen, nicht vorbeizukommen. Ich weiß schon noch nicht. Hier, aber ich bin vorbei. Ich auch, glaub ich. Geh ins Haus rein, geh ins Haus rein. Komm hierher, komm ins Haus. Hierher, komm her. Ja, ich kann weg dich. Munition, Mann. Kick das Haus rein, kick das Haus rein. Der Doors lockt, Mann. Die ist ja abgeschlossen. Verdammt, weil die Fische noch leben, bestimmt war. Oh, hat der mich erst mal... Dann flog der Asch mal gegen die Wand. Meine Munition, meine Munition, der hätte mich. Heal mich. Mach irgendwas. Keine Ahnung, Mann. Oh, ist doch zum kurzen Tritt, hab ich erst mal gegen die Wand, der Pisser. Kannst du mich grad wieder belegen? Komm, ich kann nicht heilen. Dann mach das mal bitte. Kann ich nicht, weil die Fischer bei mir in der Backe knähen. Ja, obwohl ich heb ne Mumpel auf, die leer ist. Toll. Dann lockt ihn in den Wald, Mann. Lockt ihn in den Wald. Und wenn sie weit genug wechseln, grenzt sie zurück und heilt sie mich. Okay. Versuch. Nein, Spaß, Mann. Hast du dich hier überlebt, oder? Nein. Ich hab gerade in die Kamera gelinst. Okay. Nicht, dass die Zuschauer jetzt einen Schreck bekommen haben. Okay. Jetzt Feuer. Komm, 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 komm. Genau, schön aufm Puller. Pup, pup, pup. Alter, steh auf, Mann. Danke. Oh, ich lebe wieder. So, und jetzt? Ich hab absolut keine Mumpel mehr. Oh, ich spritz mich erst mal. Mach das. Hast du die, hast du die jetzt getötet? Oh, shit. Ich hab jetzt die Krise. Was sind die denn? Hä, willst du mich verarschen? Wo hast du denn hier hingelockt? Okay. Äh, noch da? Hallo? Keine Ahnung. Was sind die denn? Da hinten sind sie. So, er ist wieder rausgeflogen. So, wir sind die Besten. Wie ihr es gesehen habt. Ich hab's alleine geschafft. Hä, dachte ich doch mal drei. Also, warum kann ich nicht nachladen. So, jetzt warten wir erst mal, bis das Ding da ist. Ach, hier geht's runter. Wir hätten sie gar nicht töten müssen. Hä, hä, hä. Alles am Ende mal. Äh, äh. Wir hätten sie gar nicht töten müssen, ja? Ja, sprich nicht mit mir. Guck dir das mal an. 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 Hallo? Da bin ich wieder. Jo. Ey, wir hätten die gar nicht töten müssen, ja? Komm mal mit. Komm mal mit. Hörst du mich? Jo. Guck mal, hier ist ein Luke, ja? Haha, na die ist klar, ne? Luke. Die Dockse nun. Oh! Oh! Hihihi. Hahaha. Penner, Alter. Ey, wo ist meine Munition? Ach, hier ist die Waffe. Eigentlich irgendwo noch ne Tür? Hier. Alter, fucker, Alter. So, ich würde sagen, also das reicht für den heutigen Herzenfakt des Abends. Also ich glaub, ich brauch heute nix mehr. Ich bin definitiv, ähm, hm. Wir sind im Eimer, ja? Hahaha. Äh, ich glaub, das ist noch untertrieben. Ohne Eimer findest du nicht. Hahaha. Ey, was hast du gemacht? Hihihi, die Tür auf. Hahaha. Wer macht denn hier Fotos? Hier ist vor, würde ich auch. Ich geh vor. Okay, ich geh rechts lang. Chapter 10. Ja, ey klar, ich krieg gleich wieder das Vieh. Ich krieg gleich wieder das Vieh. Toll. Ist ja mit dem nicht in Ordnung. Hahaha. Vieh klingt krank. Mach mal Licht aus. Mach mal Licht aus. Jetzt weiter gehts, los, lauf. Äh, Vieh? Woah. 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 Ey, bin ich laut? Woah. Oder waff. Hm? Yo. Ah, ah. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, ey. Was ist denn los? Nehmen wir den los. Ey, guck mal. Der hat einen roten Bart. Ach, Mensch. Hm. 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 Gehst du als erstes runter? Komm, wir haben mich extra ignoriert. Ach, der mit seiner Verbindung immer, ey. Boah. Boah. Muss denn da einen Strike machen? Ah. Boah, hier würde ich ja niemals Bowling spielen gehen, ey. So, jetzt müssen wir noch kurz warten, bis er sich wieder reconnected hat. Ist gut. Mein Freund. Wir haben's geschafft. Alter. Kauf dir besseres Internet, mein Freund. Besseres Internet. Besseres Internet. Gehen arbeiten mit ihm. Kehen arbeiten mit ihm. Kehen arbeiten. Oh, gehen wir jetzt am besten lang? Wo war das Monster? Dann gehen wir einfach mal hier lang. Ah! Ah! Bye! Ah! 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 Meine. Ach guck mal, er ist jetzt nach vorne gelaufen. Oder auch nicht. Was steht da hier um der Ecke? Hä? Unheimlich? Wo ist er? Ach du Scheiße, das ist unheimlich. Okay, da geht's weiter. Huah! Mann, nein, hast du eine Macke? Ja, du mich auch, ey. Meine Fresse. Super. Alter, du kannst mich hier nicht alleine lassen. Drück. Oh, Alter, mal weiter. So, er ist rausgeflogen. Was ist denn mit dich nicht in Ordnung? Ich will es nicht alleine spielen. Ich will das nicht alleine. Nachladen. Nachladen. Nachladen, ganz wichtig. oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio mal aus. Weil alleine zock ich das nicht. Ich wollte auch den Singleplayer alleine spielen. Oh meine Güte. Nehme ich auch jetzt mal mit. Ist mir egal. Alles meine Tasche. Nehmen wir auch mit. So, da kamen wir her. Oh, da geht's. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ey, ich hab kein Lust mehr, ich hab kein Lust mehr. Der scheint oben zu sein. Wir werden drauf gehen. Wir werden sowas von drauf gehen. Oh, da. Oh, da. Nehmen wir, nehmen wir alles mit So, die ist fast alle So, jetzt geht's los Uff Ich will nicht mehr Da ist er Da ist er Jetzt sind wir tot, jetzt sind wir tot Jetzt sind wir tot Puh, Mann sind wir gut Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut Echt Okay, alles klar Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Tschau He always goes back to the same place day after day Just watching it like it was yesterday Despite the fact that it causes him tremendous anxiety He insists on the truth He insists on the truth He insists on the germapurative reasons Die from unskeltical He doesn't respond well to questions about his personal life Became extremely angry And I mentioned the event's drive To what he insists on describing us Live day His cool and home life But know the old topics Was discussing these feelings and anxieties He told me the other day that he'd been seen From observations Couldn't give up the description Of what he'd seen Naturally I didn't take it as seriously I saw him on the level of suggest this was the case He dropped his description He claims the extra medication hours